Achtung, Spoiler-Alarm für alle GZSZ-Fans. Was ist denn da los mit Leon, gespielt von Daniel Fehlo? In der neuen Folge, die man am 12. August auf RTL sehen kann, amüsiert sich der treue Leon mit einer schönen Unbekannten. Leidenschaftlich küssen sich die beiden in der Straßenbahn. Und dabei handelt es sich nicht um seine Freundin Nina, gespielt von Maria Wedig. Doch lange bleibt der skandalöse Kuss nicht geheim, denn jemand hat die beiden beobachtet. Wie lange es also dauern wird, bis Leons Freundin Nina von dem Fremdknutschen erfahren wird, ist nur eine Frage der Zeit. Doch eine Sache bleibt noch offen. Erwidert Leon diesen Kuss auch wirklich? Das werden alle Fans nächste Woche am 12. August auf RTL oder jetzt schon auf TVNOW erfahren. Es bleibt spannend.